Im Januar war ich unterwegs in New York City. Dazu wird es auch noch einige Videos geben. Vorab habe ich aber eine kleine Frage an die Einsatzfahrzeug-Experten. Um was handelt es sich bei den beiden Geräten auf dem Kofferraumdeckel dieses Polizeiwagens? And again in English, my question is, what are the two devices for that are mounted on the back of this NYPD police car? If you know it, please comment. Thank you. Vielen Dank.